Über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Riegler und Christoph Zezere. Und wir sind heute zu Gast bei Max Stiegl in Burbach. Letzte Woche waren wir beim Josef Göltl, Bio-Schweinebauer, Freilandbauer, den wir besucht haben. Ein beeindruckendes Schweinegut, würde ich mal sagen. Irre viel Platz. Das war ein High-End-Betrieb irgendwie. Und heute wollen wir auch ein wenig mehr so in den kulinarischen Bereich hineingehen. Etwas, was mich insbesondere am Schwein interessiert. Weil ich bin weder Experte, noch bin ich Profi-Koch. Aber ich koche halt irrsinnig gern und auch Schwein. Und ich esse auch gern Schwein. Und deswegen habe ich hier irgendwie auch ein wenig sozusagen, suche ich auch Inspiration, was man alles mit dem Schwein machen kann. Abgesehen von einem Filet-Stückerl, das ich mir auf den Grill haue, so ungefähr. Ja, das Schwein hat ja bei uns Tradition hier. Also man muss, das Schwein ist nicht das Schwein sehen, sondern das war ja die Vorratskammer des armen Mannes oder der Menschen am Land. Und man hat ja das ganze Jahr über ein Schwein gemastet und hat es gefüttert. Und damit man es im Herbst oder in der kühleren Jahreszeit, wenn keine Fliegen und wenn alles gefroren war, verarbeiten hat können. Also so sind ja auch diese Sautänze entstanden, die jetzt in aller Munde sind. Man hat ja früher, das war ein Schwein. Also es hat sich auch nicht jeder ein Schwein leisten können oder zwei Schweine. Das war wirklich was Besonderes. Und deswegen auch die Vorratskammer, weil man hat es dann geschlachtet. Dann gab es Speisen, die wurden vor Ort gegessen, die wurden geteilt. Es war auch ein soziales Miteinander, weil zum Beispiel, wenn man Blunzen gemacht hat und die gekocht hat und da sind immer wieder ein paar aufgegangen, gab es ja die Blunzensuppe. Da sind die Sozialschwächeren aus der Umgebung gekommen und die haben in den Meilküben eine Blunzensuppe gekriegt. Also es war dann so, dass man sagt, okay, es war ein Miteinander. Und eben das Schwein war ja die Vorratskammer und es war etwas, man hat es ja nicht nur als Frischfleisch gesehen, sondern man hat es gesurrt, geböckelt, gebraten, in Schmolz eingelegt, also in Thesen eingelegt. So ist das Rexfleisch dann später entstanden oder das Kübelfleisch in der Steinmacht, wie es heißt. Ja, man musste es ja auch irgendwie aufbewahren. Man konnte es ja nicht ewig kühlen. Genau. Und da hat es ja verschiedene Konservierungsmittel gegeben. Also Schmolz ist es auch nicht. Man brätet etwas oder kocht etwas und legt es in Schmolz ein und dann ist das konserviert mehr oder weniger. Oder man räuchert es, man suhrt es. Weil es gab ja keine Küchensche jahrelang. Und irgendwann einmal mit dem Wohlstand oder mit dem zum Teil auch aufgeblasenen Wohlstand haben sich die Wertigkeiten verschoben. Weil ganz banal gesagt, ganz, ganz simpel gesagt, müsste das Schweinsringerl, das Schweinsschwanzerl oder der Rüssel das X-Fache vom Karree kosten. Weil nach der Theorie, nach der Luxustheorie, weniger kostet mehr und es gibt nur ein Schwanzerl. Und das Karree hat drei, vier, fünf Kilo. Und vor allem es sind zwei Stück davon. Bevor wir zum Schwein kommen, mich würde es auch interessieren, wenn du uns ein bisschen erzählen könntest, wer du bist für unsere Hörer. Warum du jetzt irgendwie auch diesen Stellenwert hast, würde ich mal sagen, als Koch des Jahres, des letzten Jahres. Wie ist deine Geschichte und wie bist du zum Schwein gekommen? Naja, mein Name ist Max Stiegl. Also ich betreibe das Gut Pover hier, das gehört uns auch hier. Und wie ich Koch des Jahres geworden bin, weiß ich nicht. Aber ich habe vor 15 Jahren hier aufgesperrt, ohne Budget, ohne irgendwas. Und uns war klar, oder mir war klar, ich rede immer von uns, weil das Team, weil ich allein kann ja nichts. Aber man braucht immer Menschen um sich, oder ich brauche zumindest Menschen um sich. Und es war uns klar, dass wir irgendetwas machen möchten, irgendwas Nachhaltiges. So, das Thema Nachhaltiger, das ist auch mittlerweile schon so abgedroschen, das ist nachhaltig. Aber vor 15 Jahren sind wir noch belächelt worden. Da gibt es Zeitungsherausgeber, die gesagt haben, diese Nirchenbude vom Neusiedlersee, die hat bei uns nichts verloren. Aber das war mir immer wurscht, ich habe nichts zum Verlieren gehabt. Und ich wollte etwas machen, was es schon immer gab, aber es derzeit noch nicht gibt. Oder zumindest nicht in dieser Art der Küche, weil auf Heimhaus geheißen, Stierhoden gibt es nirgends mehr, oder das Einhirn mit Dei. Aber das sind alles Gerichte gewesen, oder Nierndl, das sind alles Gerichte gewesen, die hat man zwar am Land immer wieder in die Wirtshäuser gekriegt, oder Beustel, oder Händel, oder irgendwas, aber das gab es nicht in Restaurants, wo Menschen aus Ballungszentren sich versammelt haben, und die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Ballungszentren, warum bist du eigentlich nicht in Wien, sondern in Burbach? Ich habe das selber in Wien probiert. Und da gibt es eine lustige Anekdote, da kam der evangelische Pfarrer aus Russen und hat gesagt, Max, bei dir ist es wie bei mir in der Kirche, je mehr ich mich bemühe, um so weniger Leute kommen. Das hat keinen Menschen interessiert, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und hier hat es funktioniert, weil auch die Hardware, die Architektur, das Ganze irgendwie zusammenpasst, da zu dem Konzept, und es hat von den ersten Tagern funktioniert. Wir haben am Anfang, also die Idee war, drei, vier Monate hier zu bleiben, so eine Art Pop-up, und dann weiterzuziehen, aber es sind dauernd Leute gekommen, die mir gedacht, das gibt es ja nicht, weil wir haben ja nichts Neues gemacht. Aber wir haben etwas gemacht, was für jeden gereichbar war. Und mir war das immer wurscht, ob irgendeiner schreibt, ist es gut oder schlecht, oder wie das Ganze war, weil ich kann es ja eh nicht besser. Aber es hat mir Spaß gemacht, dass ich etwas gemacht habe, was für Diskussion gesorgt hat. Weil ich bin immer der Meinung, auch wenn Kochen mit der Kunst wenig zu tun hat, wenn ich bei einem Bild vorbeigehe und sage, das ist schön, dann ist es eh schön. Das klingt ein wenig so, als ob du ein Wirtshaus betreiben würdest hier. Es ist ein Wirtshaus. Das ist mir ganz wichtig, weil ich meine, erstens, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Wirtshaus und einem Gasthaus oder einem Restaurant? Aber mir ist wichtig, dass es ein Wirtshaus ist, wo auch der Wirtshaus ist. und wo die Leute herkommen, auch wegen einem Wirten und wegen einem Essen, wegen dem Ganzen, ein sozialer Punkt, wo man sich miteinander trifft, weil, wo man redet, es geht ja nicht immer um das, dass man sich hersetzt, dass man es ökonomisch sieht und sagt so, jeder Tisch muss 250 Euro kassieren, sondern ja, manchmal isst man weniger, manchmal weniger, aber man hat die Menschen gern, die um sich sind. und solange man die um sich hat, die man gern hat, funktioniert es. Es soll ja Spaß machen auch, wir sind ja 18 Stunden am Tag da, es soll ja Spaß machen, weil sie mit irgendwelchen Offen abgeben, die mir dann erzählen, dass dies und dies besser ist, das brauche ich nicht, das ist mir auch. Aber wie du dann gekommen bist, wie hast du begonnen, also, jetzt bist du Koch, aber hast du auch lernen müssen, die gesamte Sau zu verarbeiten? Ja, lernen, natürlich hat man, natürlich habe ich es lernen müssen, ich habe es lernen müssen, ich habe Fehler gemacht, man lernt aus Fehlern, Fehler vor meinen Menschen, sagt man immer, das hat mich aber nicht aufgehalten, das war mir irgendwie egal, weil ich mir gedacht habe, wir haben den ersten Sautons gemacht, da waren 15 Leute da, aber ich war von der Idee begeistert, ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt, weil machen wir es wieder, machen wir wieder, fast schon ein bisschen wie in der katholischen Kirche, man prägt ein und das Gleiche und irgendwann mal glauben es ganz viele und dann fallen wieder ein paar weg, aber es hat funktioniert, es ist, weil die Idee war, wenn ich ein Schwein habe und das Schwein jetzt nur auf 1 zu reduzieren, das wollte ich nicht, weil ich kann das Burgland jetzt auch nicht nur auf dem Neussiedlersee reduzieren, ich meine, es gibt so viele schöne Flecken in Burgland, ich kann jetzt nicht sagen, der Neussiedlersee ist Burgland und genauso ist es beim Schwein, also ich kann das Schwein jetzt nicht auf das Karree und auf die Stelze oder das Schweizerhaus und die Stelze reduzieren, sondern es gibt alles und ich kann das jetzt umwälzen auf jedes andere Tier, das ist jetzt komplett egal, aber Schwein war hier immer heimisch, gab es schon immer, auch diese Mangalitzer-Schweine und viele andere, schwäbisch-erische, Durog, die ganzen Kreuzungen, das klassische Hausschwein, also, und, nur, Schwein war irgendwie aus der Mode gekommen, weil irgendwie war es nicht mehr hip, Schwein zu essen, weil durch die Industrie, durch die Massentierhaltung, das Schwein auch preislich keinen Wert mehr gehabt hat, das hat auf einmal nichts mehr gekostet und es war für jeden jederzeit leistbar, in einer fürchterlichen Qualität und, ja, somit war es dann für viele irgendwie, es hat keine Wertigkeit gehabt, was aber wieder auch nicht gut ist, dass das gute Schweinefleisch derzeit so teuer ist, weil ich bin der Meinung, ein Essen, egal welches Grundnahrungsmittel, soll für jeden leistbar sein und das ist, derzeit geht die Schere sehr weit auseinander, das tut mir ein bisschen weh, weil ich war unengst in einem Bio-Laden und da hat ein Kilo Schweinskarree, also mit Fett, mit allem hin und her, also ein Paket, das ist ein bisschen mehr wie ein Kilo, viel mehr aber nicht, 34 Euro kostet, da haben wir gedacht, das sind 500 Schilling, ich rechne alles in Schilling um, und wenn ich halt irgendwann an der Kasse sitze, arbeite und eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern bin, dann tue ich mir ein Schwartes kaufen, das hat mir schon ein bisschen weh da, weil man denkt, und dann kommt einer vorbei und kauft einen Schweinsbraten für 50 Euro? Ja, aber es ist, es ist schon sehr teuer geworden, nicht, dass ich jetzt jammer, sondern es soll, ich finde es auch bei den Bäckern in Wien, also dass man sich irgendwo anstellt, eine halbe Stunde warten und zwei Semmeln um sechs Euro kauft, finde ich auch irgendwie, es ist zwar schön, aber die Schere geht auseinander. Da höre ich einen gesellschaftspolitischen Ansatz auch irgendwie durch. Nein, es ist ja so, weil mittlerweile geht die Schere so auseinander, dass sich das gute Fleisch nur die oberen 10.000 leisten können. Weil, wenn ich halt eben, reduzieren wir es auf Wien oder auf irgendwelche ländlichen Regionen, wo ich halt irgendwo in Favoriten lebe und bin alleine jetzt hier und habe zwei Kinder, Beispiel jetzt, dann kann ich mich nicht bei irgendeinem hippen Bäcker anstellen und zwei Scheitern auf um 12 Euro kaufen und ein Kilo Biofleisch um 30 Euro, dann ist es schon ein Ding. Vor allem jetzt in Zeiten wie diesen, in der Kurzarbeit, wo die Menschen eh noch mehr einen Bruchteil, einen Teil ihres Gehalts verdienen, also ich finde, es sollte im Rahmen bleiben. Also es schmerzt schon ein bisschen. Bedeutet das auch, dass zu dir alle Gesellschaftsschichten kommen? Das ist mir ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es so, dass es derzeit, dass die Schere, was das Biofleisch und das Gute betrifft, also das Gute, das Gesündere, das Nachhaltige, für Menschen mit niedrigen Einkommen fast nicht mehr leistbar ist. Und das ist, und da sind wir wieder dort, wo wir nie hinkommen wollten. Wir leben zwar das eine Predigen, aber das andere und das geht sich nicht mehr ganz aus. Das ist, weil, wenn zwei Avocado mehr kosten als zwei Händeln, dann stimmt irgendwas nicht. Stichwort Avocado. Du hast vorher gesagt, Schweinefleisch war irgendwie out. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es out war, weil meines Wissens ist Schweinefleisch das meist konsumierte Fleisch, glaube ich, in Österreich. Also in rauen Mengen offensichtlich. Aber was mir auffällt ist, wir beschäftigen uns, glaube ich, einfach sehr wenig damit, woher es kommt, beziehungsweise bringt mich zum Thema Schlachten. Für das, wie viel Fleisch wir essen oder tierische Produkte, wissen wir erstaunlich wenig, woher es kommt, oder? Oder was es davor braucht. Was ist deine Erfahrung, auch von deinen Sautänzen oder insgesamt? Wird das wieder mehr oder ist das bewusst egal, was passiert vorm Essen? Naja, das war ja eigentlich der Basisgedanke des Sautanzes, dass wir hier vor Ort schlachten, dass die Menschen sehen, also wenn ich schon ein Fleisch essen muss, dass ein Tier dafür sterben muss, das ist ganz klar. Und egal, ob dieser Esel, ein Pferd, ein Schwein, ein Händel oder irgendwas anderes ist, wenn ich Fleisch esse, soll ein Tier sterben. Und das beginnt ja schon dort. Also der Gedanke, Fleisch zu essen, ist ja nicht jetzt ein grundlegender Gedanke. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer Fleisch gegessen wurde und wo es immer selbstverständlich war. Nur, man sollte bewusst ein Fleisch essen, meiner Meinung nach. Und wenn ich schon denke, dann sollte es dir jetzt mit das gut aufgewachsen sein, hin und der, damit es, und es gibt ein paar lustige Beispiele, die ich bei den Vorträgen immer wieder erwähne. Wenn ein Liter Olivenöl 25 Euro koste, greifen sie viel am Schädel, sagen Gott's Willen, 25 Euro ist schon viel Geld. Aber Motoröl fürs Auto, selbstverständlich, was es will. Und 40 Euro, stelle ich vor, der Nachbarschaft ist. Also es muss schon was Besseres sein. Und es sind auch diese Statussymbole, die es auf einmal waren. Und ich finde, dass derzeit, also auf deine Frage, um jetzt zurückzukommen, es soll einem bewusst sein, dass ein Tier dafür sterben muss und dass es eine Wertigkeit hat. Das heißt, man züchtet ein Schwein, das wächst heran, das hat schon mal Geld gekostet. Dann soll der Bauer sein Geld dafür kriegen, dann wird es geschlachtet und dann wird es verarbeitet und dann kommt es erst in Handel oder in Verkauf oder wo auch immer. Und diese Kette, natürlich kostet es alles Geld, aber es muss jedem bewusst sein, wenn ich ein Fleisch esse, dass dann ein Tier dafür sterben muss. Ist es nicht so, wir haben es im Vorgespräch diskutiert, dass es gar nicht so sehr um das Entweder-Oder geht, sondern es geht ja eigentlich, sollte es darum gehen, dass man sich in jedem Bereich, egal wie man sich ernährt, um Qualität bemüht? Nein, es geht um eine ausgewogene Ernährung. Es geht ja, ich habe selber drei Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter und ich erlebe das ganz oft, wo über das Schulessen geschimpft wird. Das erlebe ich dort, wenn ein Kindergarten- und Schulessen hin und her geschimpft wird. Und man erwischt sich selbst auch oft dabei. Aber in den Schulen ist, glaube ich, noch nie so vernünftig ernährt worden wie derzeit. Nur die Kinder haben daheim früher zumindest ein vernünftiges Essen gekriegt. Und jetzt putzt man sich damit ab, dass daheim zum Großteil schlecht gegessen wird, zum Großteil schlecht ernährt wird. Putzt man sich ab, indem man über die Schul schimpft. Und man schiebt immer die Schuld auf die anderen halt. Ich würde gerne noch mal zurück zum Schlachten, weil wir ein bisschen abgekommen sind. Wie sind die Reaktionen deiner Gäste, wenn du schlachtest hier wirklich als Beginn vom Sautanz mit den Gästen schon? Also die sind dabei? Wir schlachten hier. Das war ja der Grund, warum wir das, wir schlachten zum Teil hier. Das Ganze hat sich dann ein bisschen anders entwickelt, als geplant ist, aber oft so im Leben. Weil am Anfang war die Botschaft immer, ich habe das Tier sterben gesehen. Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht, dass einer hier heim geht und das einzige Video, das einzige Foto, welches er gemacht hat, ist, wo der Schwein zuckt, das wollte ich nicht. Ich hätte gern, dass das Ganze, es soll ja um das gehen, dass man ein Tier verwertet, was man alles daraus machen kann. Und wir sagen immer, wir bereiten an einem Tag zwischen 30 und 50 Speisen zu und versuchen das Ganze zu verwerten. Und viele sind gekommen, die wollten nur das Tier sterben sehen. Und das war beim ersten Mal, habe ich das gar nicht so realisiert. Beim zweiten Mal und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, es gibt in der Früh dann keine Telefone mehr, keine Handys und wir haben darauf geachtet, das ist ja nur für die Hausgäste gewesen. Na, da haben sie schon welche aufgeregt. Ich habe bezahlt, ich kann aber nicht. Ich sage, bitte. Wir haben ja überbucht, bitte. So ein Arroganzer klingt. Aber die Botschaft hat nicht sein oder darf nicht sein, ihr habt das Tier sterben gesehen, sondern Wahnsinn, was man alles daraus machen kann. Und dann haben wir begonnen, die Tiere am Vortag zu schlachten, ganz normal zu schießen, zu schlachten, aufbrechen und haben dann ab diesem Moment begonnen. Wir machen auch jetzt Autenten, wo wir hier fortschlachten, aber da gibt es keine Telefone, bis das Tier nicht aufgehängt ist und, und, und. Weil es geht immer an Respekt und es soll ja vor dem Tier auch Respekt sein. Man geht ja auch nicht in ein Altersheim und filmt die Menschen beim Sterben zu. Das tut man nicht. Jetzt muss ich nochmal kurz nachfragen. Es überrascht mich ein bisschen. Ich dachte ja, ich hätte vermutet eher das Gegenteil, dass man davonläuft vom Schlachten und nicht, dass man das Handy hinhält. Nein, nicht alles. Es ist, wie soll ich es jetzt ganz banal sagen, man merkt sich, die Außergewöhnlichen fallen auf, sagen wir es einmal so. Wenn du 20 Leute da herumsteigen und einer rennt mit den Händen hin, weil er es unbedingt fotografieren will, der fällt auf. Ein normaler Mensch, der zuschaut, der fällt einem nicht auf. Man muss sich ja immer, es ist ja auch bei Gästen, die essen gehen, die, die sich beschweren, die fallen auf oder die sich also nicht jetzt berechtigt kritisieren. Eine konstruktive Kritik ist immer erwünscht, aber wenn sich einer jetzt beschwert, dass der Kölner zwei verschiedene Sagen genommen hat, dann denke ich mir, die Botschaft soll sein, schau, was man jetzt daraus machen kann und wir verwerten wirklich das ganze Schwein und das Schlachten gehört ganz normal dazu. Woher kommen die Schweine? Hast du spezielle Rassen, die du anbietest? Also den Großteil der Schweine kaufen wir über den Richard Triebaumer in Rust und dann haben wir noch zwei kleinere Bauern, der eine möchte nirgends erwähnt werden, aber beim Richard kaufen wir den Großteil ein und Simangelica, oft kreuz mit schwäbisch-älischen, auch Turok und da haben wir oft auch, also wir machen ja nicht jeden Sautanz öffentlich, wir kaufen oft normale Hausschweine, schlachten wir, wir haben jetzt am Samstag Grammeln auslassen, 70 Kilogrammeln, also da rührt man schon, die Kästenschäden nicht nur hinten und dann das Fleisch dann herrichten und zuputzen und alles, was wir brauchen für unsere Gläser, die wir machen, weil mir ist auch jetzt in der Lockdown-Phase wichtig, dass die Menschen, die Produzenten, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, dass sie nicht auf der Strecke bleiben, weil zum Beispiel der Ivan Krismanitsch unten aus Kroatisch Minichof, den ich auch sehr schätze als Schweinebauer, die haben die Schweine, die haben das eigentlich für uns hergekriegt, für die Sautänze und für alles, was macht ihr jetzt damit? Und wir machen dann keine Sautanze, wir machen Sägedienerfleisch und machen Krautfleisch daraus und keine Ahnung, Speck, alles Mögliche, was Schweinebauchbrot mein und machen Fons aus den Knochen und alles. Das heißt, das ganze Schwein kommt zu dir? Tot. 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 Kommt her. Und du nimmst das auseinander mit deinen Leuten? Ja, das ist jetzt irgendwie so archaisch. Es ist archaisch, oder? Ja, aber wir sind Köche, Kochen ist ein Handwerk. Also das ist wie, wie schlechte Automaniker gibt es auch gute und schlechte Köche. Also wir kriegen das Schwein, da wird das grob zerlegt, dann wird es auseinandergelegt, aber das ist jetzt, also wenn wir zu dritt dort stehen, ist es in, ist es sehr zügig verarbeitet und, also verarbeitet, zerlegt und dann wird das Ganze, die Innereien werden verkocht, das Getärme ist jetzt in dem Fall weg, normalerweise wird das auch noch gereinigt, die Innereien verarbeitet man selber, also oft die Leber, wir essen es selber oder irgendwas. ich liebe ja das Herz, aber es ist ja da nur ein Herz da. Da muss man sich halt überlegen, was man damit macht, dann legen wir das in zwei Gläser ein, macht man so ein Rahmherz oder ein Curryherz oder irgendein Geschmatzherz und dann gibt es halt nur zwei Gläser Herz, weil es gibt es halt nicht mehr. Kriegst du Reaktionen nach dem Sautanz von Teilnehmern, vielleicht auch oft mit Verzögerung, also sickert das Erlebnis? Schon, sehr. Was kommt da als Reaktion? Alles mögliche, also wir arbeiten gerade an einem zweiten Buch über den Sautanz, da kommen auch einige Reklamationen und Beschwerdebriefe rein, also es gibt viele Dankesbriefe, aber jetzt, die fallen da jetzt nicht rein, aber es gibt auch viele, die sich dann über den Preis wundern, weil sie sagen, okay, man kriegt im Handel beim Discounter das Schweinefleisch so günstig, ja, geht es dorthin, kauft es, man kann ja die Menschen nicht aufhalten und dann, ja, viele sind da verwundert und die häufigste Frage ist, wo wir die Idee hatten und da haben wir schon eine Antwort im Apparat, wo wir sagen, das gab es schon immer, aber viele glauben, wir haben das neu erfunden, sagen, nein, das gab es schon immer, Sautanz hat es immer gegeben, dieses Ritual, ein Tier zu schlachten, zu Gänze zu verarbeiten, egal welches Tier es ist, bei uns war es halt die Sau hier in der Region, hat es schon immer gegeben, aber keine Ahnung, aber die häufigste, die lustigste Frage, die wir immer bekommen, da sind wir wieder beim Thema, was haben sie für Vegetarier? Waren schon mal Vegetarier beim Sautanz? Sehr oft, Sehr oft, es gibt auch Kren und Krautsalat, aber es ist, also wir haben 150 bis 200 Gäste pro Sautanz, normalerweise, also in normalen Zeiten und 100 davon sind Gutscheine, die die Leute geschenkt kriegen, also viele kaufen Gutscheine und schenken sie für das kommende Jahr dann für irgendwelche Freien und da frage ich mich, wenn ich halt Vegetarier bin, oder Veganer und irgendwer schenkt mir einen Gutschein zum Sautanz, dann frage ich mich beim Wirten noch, was für Vegetarier geht es, sondern frage ich lieber den noch, warum er dir den Gutschein schenkt, weil... Man sollte wahrscheinlich über die Freundschaft nachdenken, aber grundsätzlich finde ich das ja eigentlich interessant, wenn ich als Vegetarier oder Veganer zu dir gehe und mir den Sautanz anschaue, weil das spricht ja genau für das, was wir vorher gesprochen haben, sich für das andere auch zu interessieren, möglicherweise mehr zu lernen, ich muss es ja selbst nicht konsumieren. Genau so ist es und wir schätzen die Menschen auch sehr, da kommen ja einer der lustigsten Berichte oder der interessantesten Berichte über den Sautanz war in der Zeitschrift Beefheim, da hat ein Veganer geschrieben, grandios geschrieben, weil das aus einem ganz anderen Blickwinkel sah, habe ich wirklich super gefunden und... aber es ist... es ist für jeden was, aber es ist immer... die Ansichtspunkte sind lustig, weil es ist ja, der Sautanz ist ja auch ein gesellschaftliches Fest, das heißt, das beginnt um sieben in der Früh, um zehn ist schon zumal, ich sage mal, für die breite Masse der erste Verlust der Muttersprache, also da sind alle schon mal so, egal ob es der Feuerwehrmann ist, der Portier oder der Vorstandsdirektor, jeder kriegt das Gleiche zum Trinken, jeder hat den gleichen Intus, ich glaube so um halb Höf ist jeder mit jedem bei Du, da ist es wurscht, wer ist und so ein Ding. Und dann geht es auch um den Gruppenzwang, weil wir stechen zwar ein, zwei, drei Schweine pro Saut, kaufen aber natürlich noch Teile dazu, weil ich kann nicht für 150 Leute vier Lebern haben, also jeder soll etwas kosten. Und wir kaufen auch Hoden dazu, Eberhoden, also auch wenn es eine Sau war, aber ich glaube, das gehört zum Tier dazu. Und dann gibt es diesen Gruppenzwang, da machen wir so eine riesige Pfanne mit Hirnmitteil, zum Beispiel, oder mit gebackenen Hoden. Und dann kommen die Leute, also einer allein, wenn da zwei Leute bei Tisch sitzen und die bringen Hirnmitteil, dann wird so viel, naja, aber der Gruppenzwang, wenn da 40 Leute schon mitessen. Die müssen dann. Die müssen dann. Und das ist ja das Schöne dann. Das ist wie beim Schulessen, weil daheim essen sie keinen Spinat, aber wenn alle in der Klasse Spinat essen, dann essen wir auch einen mit. Und das ist ja das Schöne dann. Und mir gefällt ja das, wenn viele Leute da sind, wenn ich Leute um mich habe, dann haben wir meistens so Aroma-Bands, die spielen. Das ist ja super. Im ganzen Tag also. Ja, wie lange dauert dann so ein Sautanz eigentlich? Wir sagen immer bis 20 Uhr, aber wir beginnen um 19 Uhr Schluss zu machen, damit wir um 2 Uhr in der Früh heimkommen. Also, weil wir haben Hausgäste hier, also das dauert halt, keine Ahnung, von 7 bis 4 normalerweise. Man kann also bei euch auch übernachten, oder? Aber das Ziel ist immer 20 Stunden, dass man vor Ort sein kann. Und das ist ja schön. Herrlich. Ja, schon, oder? Das ist einfach, man muss dem Körper geben, was er braucht. Das hört sich auch ein bisschen so erzieherisch an für mich. Nein, aber es ist bei vielen dann, wenn sie hier vor Ort sind, also viele kommen, wir haben auch Menschen, die sonst kein Schweinefleisch essen, die kommen her und sagen, okay, da sind wir bei der vorherigen Frage, die kommen her und sagen, okay, wir essen sonst kein Schweinefleisch, aber ich weiß, wo das herkommt. Ich weiß, wie das aussieht. Ich weiß, was es ist. Also habe ich einen Bezug. Ich habe einen Respekt, also kosten wir es. und viele beginnen sich dann voranzutasten und sagen, okay, nur das Kruspel ist hier einmal, dann ist sie nur Kramm und Sankt Jörg, weil die Krapfen in Schmalz ausgebogen sind auch kein Schweinefleisch, hin und her, die Kramm und Bocaccia auch nicht und sie tasten sich dann schon langsam voran und das ist ja das Schöne. Also der Standort bestimmt den Standpunkt. Wir sitzen bei dir hier im Gastraum, würde ich einmal sagen, aber er schaut ein bisschen umgebaut aus aufgrund der Umstände. Flaschen stehen herum, Unmengen. Ja, also drüben stehen Bücher, die können signiert, die können heute noch oder morgen verschickt. Die Kochbücher, Sautanz, das Kochbuch verkauft sich sensationell derzeit. Also wahrscheinlich, weil da der Postcard ausgestrahlt wird. Aber das verkauft sich super, die sind alle vorbestellt. Ich bin jetzt mal am Montag in der Früh überrascht, wie viele das sind, aber jetzt derzeit pumpt es irgendwie. Und wir hatten jetzt am Wochenende hier in der Lockdown-Phase, also wir haben rechsten Essen ein und verkaufen das über die Gasse und über das Internet. Und wir haben jetzt einen Flohmarkt gehabt, einen Wein-Flohmarkt mit älteren Jahrgängen, die wir da hatten. Die Idee ist, dass man die Menschen irgendwie herlockt, damit sie herkommen, damit sie... Und viele suchen auch einen Vorwand. Also wir hatten jetzt Gäste aus, Tirol darf man derzeit nicht sagen, noch was Oberösterreich aus der Steiermark. Apropos Wein, eine Frage, die mich interessiert. Was für Wein wird serviert zum Schwein? Also jetzt beim Sautanz, jetzt mit zweierlei Maß jetzt. Also beim Sautanz ist es so, beim Sautanz haben wir viele Weine, von jung bis alt, alles Mögliche stellen wir heraus. Da gibt es so einen Sautrog, stellen wir heraus, voll mit Ding, und wir rechnen pro Person mit drei Flaschen Wein. Das heißt, bei 600 Personen... Das erklärt den Verlust der Muttersprache um zehn am Varmittag. Und Schnaps, viel Schnaps, weil es ist ja kalt oft, und da braucht man einen Schnaps, einen heißen Sleeve, wie es oft. Der wird sehr unterschätzt, aber das ist gut so. Aber das hört sich jetzt viel an, wenn man sagt, drei Flaschen pro Person. Aber wenn man sich die Zeit ausrechnet, von sieben bis Mitternacht hier zum Beispiel, da sind das, ist das eine Sechzehntel in der Stunde und das ist voll drin. Also das kann man so... Die können also immer Autofahren. Die können immer. Blöd ist, wenn einer sagt, das muss ich bis neun haben. Und dann ist es so, dass man beim Sautanz... Das ist gesellschaftlich. Also da stellt man sich normalerweise zusammen und jetzt, wenn alle durchgeimpft sind wieder, man stellt sich zusammen und trinkt dann einfach. Dann ist man sich da eine Flasche und da. Man zahlt eine Pauschale, das war uns auch wichtig. Jeder zahlt das Gleiche. Wie am Opernball. Jeder zahlt das Gleiche und jeder ist gleichberechtigt. Was die anhaben, ist mir egal, das können die nächsten drei Tage nicht anziehen, weil die stinkt eh alles. Und also man zahlt eine Pauschale und den ganzen Tag ist alles inkludiert. Vom Naturwein über den Jungwein, Spritzer, Rotwein, was auch immer man mag. Das ist das eine. Hier im Restaurant ist das verschieden. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Crèmefleisch haben, was wir gerne verkochen, also so eine Schüter, wenn ich dir ein Crèmefleisch habe, gibt es einen Kräftenschardonnay dazu oder einen Grauburgunder oder irgendwas anderes. Wenn das Schwein geschmort ist, haben wir meistens irgendeinen roten Burgunder oder Zweigelt irgendwas dazu. Und zum Sonntagsbraten, der meistens ein Schweinebauch ist, wenn man einen Galitzerbauch, so ein knuspriger, haben wir meistens einen Blaufränke spielt mir dazu an, wobei im Sommer auch gern Weißwein getrunken wird. Aber meiner Meinung, wenn man es ganz runter bricht und jetzt ganz banal im Sinne der Armer Sicht, geht ein Spritzer immer. Ein Spritzer kann man zum Wein immer trinken. Geht Bier auch? Natürlich geht Bier. Das ist ja, ich meine, das ist, man kann ein gutes März auch immer trinken. Aber das Schwein ist auch noch für sich, es ist ja nicht anspruchsvoll. Wenn ich jetzt sage, es ist viel Kümmel drauf. Wenn ich jetzt ein Schweinebrot mache mit viel Kümmel, ein Karree oder ein Schopf oder ein Ding und es ist Kümmel drauf, kann ich immer Bier oder einen Zweigel dazu trinken. Das geht immer. Der Kümmel, der unterstreikt ist, ist immer schön. Aber wenn es jetzt draußen 35 Grad hat und ich habe so einen fetten Schweinebauch, da soll irgendwas Kühles dabei sein. Was ist dein Lieblingsstück vom Schwein? Vielleicht im Jahresverlauf, das wird sich ja ändern, vermute ich, im Sommer, im Winter, wenn auch immer, keine Ahnung. Das verkauft er. Nein. Nein. Jetzt sind wir zurück im Wirtshaus. Nein, der Godern. Das ganze Jahr über? Ja, der Godern ist einfach so. Auch das Ringel, wo man das hinten jetzt schön brot, die Schnauzen ist einfach anspruchsvoll, wenn man es macht. Wie bereitest du das zu? Naja, das Ringel, den wir kochen, Sotten sozusagen, dann frittieren wir es raus, ist gut. Sehr gut. Das kann man einfach so nebenbei knabbern, ist eigentlich so wie ein Schwartel. Frittiert im Schweineschmalz? Natürlich. Damit wir gesund bleiben. Gesund stehen bringt auch nichts. Thema ausgewogene Ernährung. Naja, man isst ja nicht jeden Tag ein Schwanzerl. Das ist wie mit einer Pizza. Wenn ich jeden Tag eine Pizza isse, ist es irgendwie ein Ding. Aber wenn ich hier und da was isse, dann sind wir wieder bei der allerersten Frage. Man muss ja nicht jeden Tag Schweinefleisch essen. Wir sind zu fünft daheim, wenn wir ein Schwein schlacken und das gut konservieren und das aufs Jahr verteilen und wir wissen, okay, jeden zweiten Sonntag gibt es irgendwas vom Schwein oder ein bisschen was. Weil ich habe, wie gesagt, drei Kinder, die haben nicht so Reißfleisch. Da könnte man den ganzen Tag Reißfleisch machen. Das ist denen oder Nudeln mit irgendwas, mit einem Zug oder irgendwas. Aber man kann ja ein Schwein wirklich vielseitig verwenden. Und das schmeißt, das ist einfach herrlich, oder das ist einfach, ich mache immer eine Palatschinken oder oft leben wir aus, das ist daheim, man liebt es ja selber auch gerne. Und oft macht man so gebackene Melanzane oder brotene Melanzane oder irgendwie so. Im Schweinerschmalz. Aber wir haben vegetarisch gegessen. Ja, weil es einfach schöner ist. Aber ist das vielleicht auch wieder nicht ein schönes Bild für die Verbindung von unterschiedlichen Dingen? Es muss nicht immer die... Also, wenn ich vegetarisch lebe, ist das keine Option. Logisch. Aber, ich glaube, es heißt Flexitaria, Flexitaria. Es gibt ja, glaube ich, auch mehr Varianz als früher in der Ernährung, oder? Flexitaria ist ein normaler, oder? Flexitaria ist jemand, der... Alles isst. Manchmal Fleisch, nicht immer. Also, ich glaube, der ist sehr variiert, oder? Ein Italiener. Ein Italiener ist auch normalerweise wenig Fleisch. Also, es sind die Italiener die Flexitaria, die Spanier. Und zurück zum Zucchini, oder was? Oder Aubergine im Schweinerschmalz. Ja, gut. Klingt noch sehr viel Geschmack. Ja, schon. Ein Zucchini ist ja wie ein Wettig, das schmeckt ja noch nichts. Ein Zucchini aussieht. Ist das Schwein unterbewertet? Ich habe beim Schweinefleisch immer so das Gefühl, das ist erst in der zweiten Reihe. Zuerst kommt das Rind und die Edelstücke vom Rind und das Schwein ist irgendwie so was Billiges. Na, das war es eine Zeit lang durch die Massentierhaltung, weil es gab natürlich Verordnungen, wie man Schweine züchten muss und wie man Schweine halten muss, aber das ist irgendwie jahrzehntelang irgendwie vorbeigegangen an vielen und durch die Massentierhaltung, durch den Handel ist das Schwein natürlich sehr, sehr billig geworden und deswegen hat es auch keine Wertigkeit mehr gehabt. Hat sich da was geändert oder ändert sich was? Es ändert sich schon was, aber wie schon erwähnt, geht die Schere immer mehr auseinander, weil da gibt es ja das billige Schweinefleisch, das günstige, das minderwertige, sage ich jetzt einmal und dann gibt es das Biofleisch, das Bio, es muss ja kein Zertifikat sein, aber aus einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und dann fehlt die Aufklärung. Das ist jetzt beim Schwein nicht so sichtbar wie bei einem Ganzen oder wie bei einem Händel, weil dieses aus meiner Sicht minderwertigere Fleisch ist ja für einen Endkunden bekömmlicher, einfacher zum Essen, weil es keine Struktur hat, es hat keinen Charakter, keine Struktur, es hat nichts. Es ist einfach, man kaut irgendwas vor sich dahin, das ist halt ja, schmeckt nach dem, wie man es gewürzt hat. Das ist beim Schwein, wenn man das kurz brät oder wenn man es einbrat, sieht man das zwar, aber es ist noch weit nicht so wie bei einem Gansel oder irgendwas anderes, dass aus einer nachhaltigen Landwirtschaft, wenn ich jetzt ein Gansel habe oder ein Händel oder eine Ente oder jetzt ein Schwein, das hat Muskeln, das hat sich bewegt, das hat, das muss man kauen einfach einmal. Und da sind schon viele überfordert. Scheiße, das Fleisch, das ist zäh, das gehört kaut, weil der Mensch hat ja auch das Kauen verlernt. Das heißt, es ist butterweich. Wenn ein Fleisch schon butterweich ist, dann hat es was. Dann hat es was. Oder nichts. Also nichts. Das heißt, wir haben unseren Gaumen einfach vielleicht ein bisschen oder eben abtrainiert, indem er halt immer nur sich auf die sogenannten Edelteile reduziert hat. Natürlich. Wie es schmeckt, wie es schmecken kann, oder? Es ist ja auch so, dass wir auch im Kopf einfach viel weiter weg sind. Das kann man auch beim Gemüse sehen, weil, dass der Knoblauch auf einmal immer noch Knoblauch so schmecken soll, wie er mal war. Und Kutteln sind so ein klassisches Beispiel. Also das hat jetzt ein Schwein nicht, aber am Magen hat es auch. Bei uns hier, wenn du Kutteln kochst, da bist du schon wer, da bist du schon ein Mutiger, du kochst Kutteln. Ein Schmoren, du fährst über die Grenze nach Italien, kriegst Tripper überall, du fährst nach Tschechien, Flexsuppen, du fährst über die Grenze, kriegst das überall. Und bei uns ist immer die Diskussion, ist ein Tabuthema. Dasselbe ist mit Pferdefleisch, ich ärgere mich so oft, wenn wir Pferd verkochen, ein Pferd, das kleine süße Tier, das Viech hat 800 Kilo, was ist das hier dran? Du fährst über die Grenze nach Ungarn, zwei Schlachthöfe hier, kriegst in ganz Schablon überall, in Slowenien überall, kriegst Pferdefleisch, wie hatten wir in Matersburg, in Wien überall. Und auf einmal ist das irgendwas Besonderes. Der kocht Pferdefleisch, das ist irgendwie so ein Tabuthema, weil über ein Pferd spricht man nicht, das ist ein kompletter Schwachsinn. Das ist, weil wir unterscheiden allgemein in der Gesellschaft auch alles. Und das ist... Ich möchte nochmal zur Haltung kommen, weil der Schweinehaltung ist auch unser Thema. Du sagst, Massen-Schweinehaltung wollen wir nicht, das ist billiges, schlechtes Fleisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir Luxus-Fleisch, Einzelschweine, die zu Tode gestreichelt werden irgendwo auf einer Weide. Wo ist jetzt der Mittelweg? Naja, wo der Mittelweg jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber es muss auch möglich sein, es muss möglich sein, so geht es einmal, da gehören jetzt ein paar Faktoren dazu, dass man einen guten Mittelweg findet, dass man sagt, es gibt ja nicht nur Massentierhaltung, es gibt ja nicht nur Schwarz oder Weiß, es gibt auch einen Graubereich. Und es muss aber möglich sein, dass gutes Essen für jeden leistbar ist. Und das war es ja früher immer. Weil früher im Land, also ich habe Verwandtschaft am Balkan unten, also ob die jetzt Corona haben oder nicht, denen ist es wurscht, die haben früher auch schon nichts gehabt. Und die haben ihren Garten daheim, die haben ihre Schweine daheim, die haben zwar einen Schaf oder vielleicht eine Kuh oder irgendwas. Und die haben schon immer, die Menschen haben schon immer normal gelebt. Und wenn ich jetzt immer sage, Slow Food, Montenegro, die haben nichts anderes. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern die kommen ja mit dem aus. Und so war es ja bei uns am Land auch. Nur, dass man jetzt das gute Fleisch zum Luxusprodukt macht, das finde ich keine gute Entwicklung, weil es ist ja auch mit Essen gehen so. Ich finde, dass das wirklich für die, man muss ja jedem, genauso wie sich jeder verdient hat, dass er sich ihren Studienplatz leisten kann, so ist sie jeder ein gutes Essen auch leisten können. Und ein gutes Essen muss nicht teuer sein. Es ist ja, ich glaube, dass der Luxus nicht das teure, sondern das rare ist. Und das kann ein Schweinsnirnler sein. Ist ein Essen bei dir für jeden leistbar? Natürlich. Du kannst zu uns essen kommen, kannst nur Grammeln, nur Cremeschnitte, nur irgendwas. Wir haben Gäste, die gehen zu zweit mit 40 Euro raus. Andere gehen wieder mehr aus. Aber rein theoretisch ist es für jeden leistbar, weil wir von der Struktur her nach wie vor im Wirtshaus sein. Und ein Essen im Steiräck ist auch für jeden leistbar. Weil man kann im Steiräck essen gehen, kann sich hinsetzen und sagen, okay, ist ein Vorspeis und ein Hauptspeis oder ist irgendwas anders. Man muss das Ganze rundherum mitberechnen, wie viele Leute arbeiten und was da alles vorhanden ist. Aber es ist natürlich für jeden leistbar. Und du freust dich über alle, die kommen? Natürlich freue ich mich über alle, die herkommen. Manche mehr und manche weniger. Aber im Großen und Ganzen sind alle willkommen. Du hast vorhin das Brot als Beispiel gebracht. Und ich möchte gar nicht über das Thema anstellen oder über Preis da diskutieren, sondern ich glaube, Brot hat irgendwie schön vorgelebt. Und mein Gefühl wäre, dass es beim Fleisch auch so passiert. Brot hat ein bisschen eine Renaissance erlebt von wenig Wertigkeit, wenig Bedeutung. Man hat irgendein Brot irgendwo im Supermarkt gekauft, hin zu der Bäcker hat wieder eine Bedeutung. Man kennt sich aus, jeder hat zu Hause einen Sauerteig, der einen Namen hat, den man in ein Sauerteighotel gibt, wenn man auf Urlaub fährt. Und das Brot steht wieder in der Speisekarte. Ich würde vermuten, das passiert beim Fleisch auch. Der Fleischer oder der Metzger kommt wieder mehr zurück. Das würde ich mir wünschen. Und das mit dem Brot, das stimmt sehr wohl. Aber ich bin auch gern am Brunnenmarkt und da gehe ich zu meinem türkischen Freund und kaufe zwei Lapp Brot um drei Euro. Weißbrot, gutes Brot und das ist sensationell. Genauso gut wie das andere. Also ich brauche nicht unbedingt eine hippe Verpackung und, und, und. Es geht ja ums Brot. Das ist wie beim Wein. Ich trinke einen guten Wein und natürlich ist es schön, wenn man ein schönes Weinglas dazu hat, aber das muss keine 60 Euro kosten. Es geht mir auch nicht ums Zettel. Oder vielleicht ist es Zettelbrillen. Mir ging es mehr um das, was du vorhin angesprochen hast, das Thema Wertschätzung. Aber es ist auch so beim Fleisch. Entschuldigung, das ist jetzt unterbrechen. Es ist beim Fleisch so. Das Fleisch muss ja nicht immer, es muss ja nicht immer ein riesiges Stück Fleisch sein. Wenn ich jetzt hergehe und ich sage, ich habe in meinem Betrieb, so wie es zum Beispiel die Freunde vom Ratz und Sohn vorleben, die sagen, man kann das Fleisch auch als Beilage nehmen. Es muss ja nicht jedes Mal ein riesiges Stück Fleisch sein, was der Mensch kriegt und sagt, okay, du hast Fleisch und du hast ein bisschen Sättigung und eine Vitaminbeilage nehmen. Man kann jetzt, wenn ich jetzt ein gutes Stück Fleisch habe, von einem Wasserbüffel aus dem Seewinkel oder von einem Schwein oder von irgendwo, da ist wenig dran, dann kann ich da genauso ein Sugar machen und kann es in einem Wrap oder kann es mit einem Salat oder irgendwie essen. Also es ist ja so, man soll ja auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Diese Mengen, von denen wir reden, da muss so und so viel sein, so und so viel, das brauchen wir gar nicht. Wenn ich jetzt, wenn ich weiß, dass ich jeden ersten Sonntag im Monat Schwein isse, dann kann ich es auch ein bisschen was kosten. Aber wenn ich jeden Tag Fleisch isse, ist es natürlich unlösbar, braucht man gar nicht reden. Aber die Wertigkeiten, Einkommen zu den Ausgaben, die man fürs Essen ausgibt, die gehören irgendwie wieder zurechtgestutzt, weil, und es ist ja auch nicht so, dass es uns allen so schlecht geht, dass wir uns das nicht leisten können, weil wenn ich mir anschaue, wenn ich da Durchfall so stehe, von jedem Haus zwei Autos, es kann sich, es ist ja, es ist ja was vorhanden, nur die Wertigkeit des Essens, vielleicht wird das auch unterschätzt, weil, es gibt ja, es gibt ja schon genug Fleisch am Markt, sagen wir es einmal so, dass ich jetzt ganze Dinge, wenn ich es jetzt in Proteinen runternehme, es gibt ja schon genug Fleisch am Markt, nur zu wenig gutes Fleisch. Und Schwein, ich weiß nicht, ob Schwein jetzt zweitrangig behandelt wird, also man kriegt schon, es gibt ja schon wieder dieses Dry-Schwein, dann Turok-Schweine, die jetzt von diversen gezüchtet werden, die auch in größerer Menge verkauft werden. Man bekommt fast bei jedem, bei jedem, in jedem Geschäft schon irgendeine Theke, wo es ein bestimmtes Schwein gibt und auch beim Schinken ist das so und Schweineprodukten und, und, und. Aber der Schnitzel ist nach wie vor noch meistens aus dem Fleisch gemacht. Mir kommt vor, oder in meiner Wahrnehmung ist das Burgenland ein bisschen so, oder für mich zumindest so, Vorreiter- oder Modellregion, wo mir zum ersten Mal aufgefallen ist vor vielen Jahren, dass eben alte Rassen wie Mangalitz oder Turok wieder kommen oder sichtbar. Ist das so, oder ist das nur meine Wahrnehmung und stimmt nicht? Ich kann für die anderen Regionen jetzt nicht so mitsprechen, aber hier ist es tatsächlich so, dass die alle, dass viele jetzt das wieder züchten, ganz, ganz viele haben diese alte Schweinerassen und wir kriegen noch keine mehr. Also wenn man jetzt irgendwo anruft, sagt, du, ich brauche morgen das Schwein, ich sage, naja, such das, weil die meisten, die sind ja sehr vergriffen. Aber die Region hat schon immer damit gelebt. Wir sind an der ungarischen Grenze, wo man nach Ungarn rüberfährt, die ist ja genau das Gleiche und der Fleischpreis ist in Ungarn höher als bei uns hier. Ich war schon ein paar Mal drüben bei Bauern und wir haben auch ein paar Mal schon was gekauft drüben. Aber der Fleischpreis, weil viele glauben, man fährt nach Ungarn rüber und da ist alles gut und günstig, ist das mal. Also die sind immer echt teurer, was auch gut so ist. Und dann haben sie ein Ding, aber der Schwein gab es jemand. Also ich glaube, in jeder ärmeren Region, wo Schweinefleisch gegessen wurde, aus religiösen Gründen, hat man Schwein gegessen, weil es einfach zum Halten war. Das war die Sau. Da hat es einen Sautrank gegeben, man hat die Aufkochfräder, in meiner Lehrzeit haben wir ja die Essensreste aufgehoben, da sind die aufgekocht worden und dann ist das Ganze an Schweine verfüttert worden und so hin und das hat sich alles früher gegeben. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Gibt es heute nicht mehr wegen BSE, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, hat man verboten, den Sautrank nach BSE, um zu vermeiden, dass irgendwie... Ja, aber ich frage mich oft, wie wir überhaupt so alt geworden sind, wie wir das alles bis jetzt überlebt haben irgendwie. Also das ist immer so eine Frage mit... Aber es ist auch BSE gewesen, das Ganze ist. Also das Thema Sicherheit und Regeln, da bin ich... Ich bin normalerweise im Winter immer in Asien und da fliegen wir von hier, da fahre ich von hier zum Flughafen, dreimal angeschnallt, drei Kinder im Auto, dann sieht man im Flieger alle Angurte hin und her und dann steigst du in Bangkok oder in Taipei aus und denkst... Und dann fliegst du wieder heim und erzählst den Kindern am Flughafen, dass es ganz wichtig ist, dass sie Angurts sind bis nach Burburg, weil da könnten sie sterben. Die fragen sich, ob sie nicht... Sag, holst du dir in Asien eigentlich Inspiration auch, wie das Schwein zubereitet wird? Ich liebe das in Asien, weil die einfach so einen einfachen Zugang haben. Ich mag das einfach, weil es eine andere Welt ist und die überleben genauso. In Asien am Markt liegt das Fleisch herum. 40 Grad, das liegt herum, da passiert nichts. Weil es immer verkocht wird. Es wird gekocht, gegart, hin und her. Und bei uns ist das schon so zu Recht reglementiert, dass man sich fragt, ist es wirklich noch notwendig, das Ganze so zu machen, weil wenn es jetzt... Also ihr kennt es in Asien wahrscheinlich, da gehst du irgendwo auf den Markt, suchst du aus, was du haben willst. Und dann gibt es es am nächsten Tag und alle leben damit. Alle leben damit und es ist super und alles funktioniert und es ist alles im Großen und Ganzen funktioniert das Ganze. Aber es ist großartig und in Asien, wenn wir gerade davon reden, in Bangkok am Markt habe ich letztes Jahr Fotos gemacht, oder war das in Saigon, glaube ich in Bangkok, ist ja wurscht, da kostet ein Kuhalter das Mehrfache vom Schweinefleisch. Man dachte, na schau, die haben es begriffen, weil weniger da ist. Also ich habe es gar nicht gewusst, was ist. Ich sage, das ist ein Tofu. Dann muss man das aufzeichnen. So ähnlich wie Tofu. Nein, aber die Wertigkeiten des Schweines sind, die Wertigkeiten des Fleisches überhaupt, es gibt ja so ein Kinderlied, Montag ist Resseltag, Dienstag ist Knädeltag, Mittwoch, das Ding. Kennst du das nicht? Nein. Ja, das war es früher so, wie wir gegessen haben. Genau. Ich habe ja in meiner Kindheit viel weniger Fleisch gegessen. Da hat es Palacinken mit Spinat gegeben, dann hat es mal Nudeln gegeben, dann Kaiserschmarrn und am Wochenende hat es Fleisch gegeben. Es ist ja auch so, dass heutzutage, wir reden von diesem neuen Trend, dieses vegetarische Essen und das und das, aber wenn man jetzt mal das Ganze, ich bin ein 80er-Jähriger, das Ganze zurücktraut, ich bin in Slowenien, in Slowenien habe ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Die Italiener haben schon immer gut gegessen, ausgewogen gegessen und in meiner Lehrzeit gab es ja die mediterrane Küche. Dort mag man geschaut, man mehr Gemüse, weniger Fisch oder Fleisch isst. Nur das ist bei uns da irgendwie so, man muss Fleisch essen, man muss sich das jederzeit leisten können, man muss das, weil stell dir vor, die Welt geht zugrunde, wenn man sich nicht jeder jeden Tag in irgendeiner Form Fleisch leisten könnte, egal ob es ein Schinken, eine Wurst oder irgendwas ist. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, du kommst ursprünglich aus Copa, aus unserem, also ich darf nicht sagen, unser größter Hafen. Ja, war er einmal. Ja, ist aber immer noch der wichtigste Hafen für Österreich. Ja, ja, naja, jetzt, ja. In Trieres gibt es ja nicht mehr in Wirklichkeit. Ich finde, eine tolle Region, Copa fahre ich eher durch, weil ich Richtung Piran natürlich immer wieder fahre. Da bin ich aufgewachsen. In Piran? In Piran bin ich aufgewachsen. Ein Altösterreicher quasi. Ein Altösterreicher, Sie sagen unten Schwabo. Aber mein Vater kommt ursprünglich aus Bosnien und ich habe eine Oma dort und war auch immer ganz, ganz lustig, weil die ja einen ganz anderen Zugang haben, weil Piranesen gibt es ja in Wirklichkeit nicht. Die sind ja, der Piranesi an sich ist ein fauler Hund, die machen ja nichts. Die waren sogar zu faul, dass sie, also wir haben jahrelang keinen Bürgermeister gehabt in Piran. Wenn keiner wollte, oder wie? Ja, das war so Bobo-Gemeinde. Und dann haben wir, irgendwann haben wir da, das war sogar zu modig, das Ding. Und dann hatten wir als erste Gemeinde in Europa, das ist aber schon 15 Jahre oder 16 Jahre ist das her, aber nicht länger, den ersten, der praktische Arzt wurde Bürgermeister. Das war der Dr. Brossmann. Es gab aber keinen Gegenteil und dann ist der Nächster gekommen und dann hat er gesagt, ja, dann tritt er ja nicht mehr und dann ist der Nächster gekommen und dann ist der Nächster und jetzt ist er ein 30-Jähriger, da hat er eine freie Liste gegründet und seitdem ich zurückdenken kann, wird der Hafen im Piran ausgebaut, die Mole. Jedes Jahr, jetzt machen, ich glaube, ich werde in Pension gehen, nur es findet sich keiner, der es macht. Stell dir vor, das ist mit Arbeit verbunden. Das machen wir nicht. Wie sind wir jetzt eigentlich nach Piran gekommen? Weil ich in Koppa geboren bin. Aber du wolltest ja irgendwo hin, oder? Naja, ich wollte auch ein bisschen mehr erfahren, wie du dann aus Altösterreich nach Zentralösterreich sozusagen geboren bist. Altösterreich ist lustig, weil ein Onkel jetzt, ein angeheirateter Onkel von uns, der hat in Pula ein Sowjetsoße, ein Beiseln und wenn man dort sitzt, schaut man auf eine riesige, schaut man auf einen riesigen Schriftzug, steht Friedhof der österreichischen Kriegsmarine. Das ist immer so, wenn ich das meinen Kindern erzähle und nur eins sagt, weil man auch von Piran und weil ich so oft rede und von Wertigkeiten und wie schnell sich die Welt entwickelt und dass die Preise so sind. Also, wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir sind selten in Urlaub gefahren, weil wir uns selten was leisten haben können, das war ein riesiger Rahmen. Man hat jetzt noch mal sieben Stunden an der Grenze gewohrt, vorne haben sie geraucht im Auto, kein Klimaanlag, nichts, weißt du, und das haben auch alle überlebt, das hat auch irgendwie funktioniert. Heutzutage ist das alles selbstverständlich und deswegen verschwinden die Werte irgendwie oft, finde ich. Also, das mediterrane Umfeld hat auch einen Einfluss auf den Kochen gehabt? Ja, schon, das ist das Leichte, weil ich finde auch immer, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt gerade von Grammischmalz reden, aber man kann ja, man kann es ja ausgewogen ernähren, also man kann jetzt nicht, weil ich vorher gesagt habe, das Gemüse hier zum Beispiel in Burgland, das Gemüse sicher den selben Stellenwert wie in der burglandischen Küche, in der panonischen Küche, hat das Gemüse sicher den selben Stellenwert wie das Schwein. Und zwar nicht, weil wir so hip sind, so mediterrane sind, sondern, weil es das einfach früher ergeben hat. Es ist ja, wenn ich jetzt mit meiner Nachbarin da rede und ich es knapp 80, für die zerstört es auch was Vegetarisches. Weil wenn kein Fleisch dabei ist, bringe ich es, ist was Vegetarisches. Und deswegen ist das Ganze ein Ding, aber das Mediterrane natürlich hat das einen Einfluss, weil wir verkochen ja nicht nur Fleisch, man braucht ja Beilagen dazu, Gemüse, Salat und alles mögliche, Obst. Und das Bugland ist ja prädestiniert für sowas. Also es gibt nichts, was hier nicht gedeiht. Wir haben sogar Kiwis hier, die ganz normal wachsen. Vis-a-vis sind Feigen da drüben, wo man rausschaut. Also es ist alles da, alles vorhanden. Schwein mit Feige. Schwein mit Feige. Also du bist quasi im mediterranen Raum irgendwie geblieben. Gott sei Dank, ja. Du warst aber dazwischen im alpinen Raum, oder? Ich war dazwischen in Salzburg und wollte dann nach Hamburg. Ich wollte unbedingt in ein Hamburger Lokal. Keine Ahnung, warum auch immer. Weil Hamburg eine Superstadt ist. Ja. Und bin dann aber hier geblieben, hier gelandet. Aber ich vertröste mich, vertröste mich. Ich sage immer, es liegt auch an was. Also es ist irgendwie... Max, beziehst du Schwein auch aus anderen Haltungsformen oder nur von Freilandbauern? Auch aus anderen Haltungsformen. Wir haben ja oft Events und oft diverse Sachen. Also andere Haltungsformen. Wenn ich jetzt wissen würde, dass ein Schwein aus einer Masttierhaltung kommt, aus irgendeinem schlechten Betrieb, würde ich es nicht beziehen. Was heißt denn Massentierhaltung und was heißt schlechter Betrieb? Naja, also wir haben ja oft... Wenn ich jetzt in einem Betrieb in diesen Käfigen, wo Schweine gehalten werden, diese Massentier... Also es sollen Freilandschweine sein, es sollen einen Auslauf haben. Die genauen Definition, wie das jetzt ist, weiß ich. Wenig die Definition, mehr dein Gefühl, was dein Anspruch ist. Mein Gefühl ist, wenn ich einen Betrieb habe, wo 100.000 Schweine oder wo 10.000 Schweine in ein Haus eingesperrt sind und nie das Tageslicht sehen, das brauche ich nicht. Wenn ich weiß, dass die Schweine einen Auslauf haben, dann ist das schon mal getan. Das ist ja wie bei Hühnern, wobei, wenn man die Händler einen riesigen Auslauf haben, bringt es auch, weil ein Hund braucht einen Schotten, einen Unterschlupf, wo es rausgegangen ist. Nähe habe ich gelernt. Das heißt, du kennst deine Betriebe? Die meisten kennen wir schon, ja schon. Naja, wir haben ja auch Händler, von denen wir einkaufen. Wir haben sogar in der Küche, wir lassen uns immer, zum Beispiel von der Firma Wiesbauer, bestätigen von der Geschäftsführung, dass das Fleisch, welches wir von innen, wenn wir es kaufen, dass das aus einer guten Wirtschaft herkommt. Die Gästeabfragen, wo kommt das her? Dann sagt man, dann kommt von da und da und da. Dann sagt man, naja, aber kaufen Sie auf da und da, wo sind sie? Wir lassen uns das bestätigen. Aber es muss ein Basisvertrauen da sein, dass man weiß, wo es herkommt. Weil beim Händler ist das zum Beispiel ganz schwierig, weil man kauft zwar die Biohühner ein und man kauft die besseren Händler und zahlt mehr dafür. Aber ob es tatsächlich so ist, wir vertrauen darauf, dass es so ist. Jetzt kann wahrscheinlich für die Menge an Schweinefleisch, die wir in Österreich zumindest konsumieren, es kein Weg sein, dass jeder zu Hause sein Schwein hält. Also es ist unrealistisch. Ein Meerschwein hält. Wie ist denn deine, oder gibt es eine Vision, die du hast, wie Schweinehaltung in Zukunft ausschauen kann, soll, wohin sie sich entwickeln sollen? Es ist ja immer Frage des Entwicklens und der kleinen Schritte wahrscheinlich zum Thema oder Stichwort Wertschätzung, das du vorher gebracht hast. Wie sollen wir mit Tieren, die wir dann essen, umgehen? Naja, das Ziel sollte ja sein, dass man am Tageseinde wissen, wo es herkommt. Es gibt auch gute Beispiele, wenn man sich zum Beispiel in, weil wir gerade von Italien gesprochen haben, das ist Italie, diese, diese, die Kette mit den italienischen Produkten. Kommt jetzt nach Österreich, habe ich gelesen. Der Herr Benke hat alle Rechte für Österreich und Deutschland. Habe ich auch gehört, ja. Und wäre super. Und das ist eigentlich mehr so wie ein Slowfood-Markt. Also man geht hin und es wird einem vermittelt, dass man weiß, wo das herkommt und wo es her ist und hin und her. Wenn man das Ganze klein strukturiert, dann nimmt und deswegen war Corona jetzt auch gut, finde ich. Auf einmal war das Neu vor der Tür auch gut genug auf einmal. Auf einmal hat man sich mit dem abgefunden. War das wirklich ein Abfinden? Ich fand, das war eher eine sehr sehnsüchtige Hinwendung. Eine sehnsüchtige Hinwendung. Wir hätten es ja vorher auch haben können. Das stimmt, aber manchmal braucht es halt einen Auslöser und dann funktioniert es. Genau, das ist aber in jeder Beziehung so oft. Braucht es einen Auslöser, das funktioniert. Aber auf einmal war das Wild angesagt. Wir haben ja jede Menge Wild in jeder Umgebung. Auch Wildschweine. Auch Wildschweine und Mengen. Und ich ärgere mich immer über den Wildschweinpreis, weil der so im Keller ist und es ist so schwierig zu verkaufen. Aber Wildschwein ist einfach ein hervorragendes Fleisch. Also jagst du eigentlich? Nein. Nein, das ist mir zu böse. Aber verarbeitest du Wildschwein? Ja, sehr viel sogar. Wildschwein und allgemein Wild auch. Aber auf einmal war das, vielleicht ist jetzt Corona die Chance, die man nutzen soll, dass man das nahe auch mehr schätzt. Und vielleicht gibt es in ein paar Jahren in jeder Ortschaft, in zwei Jahren in jeder Ortschaft einen Kreisler, der sich mit dem, der mit dem auskommt, was es aus der Region gibt. Weil bei uns war auf einmal vor 10, 15, 20 Jahren der Drang da immer das Externe haben zu wollen. Also keine Ahnung, wir haben auf einmal alle ein Steinbutt, eine Seezunge, jetzt einmal irgendwas verkauft. In Frankreich, die haben wir stolz gehabt. In Frankreich ist nie ein Mangalitzer-Sau vom Neussiedlersee gefunden oder ein Zander oder irgendwas. Und wir haben jetzt auf einmal alle benötigt, Tauben von irgendwo, Durockschweine von oder was weiß ich, wie die spanischen Schweine da heißen. Wir haben das auf einmal alle importieren müssen, damit wir was Besseres sind. Aber das eigene ist irgendwie verloren gegangen. Und jetzt ist meine Hoffnung, dass man auf einmal mit dem auskommt, dass man weiterhin versucht, mit dem auszukommen, was es da gibt. Weil rein theoretisch könnten wir uns klein strukturiert, ich rede jetzt nicht von den Großstädten, aber hier im Land, könnten wir uns von dem ernähren. Weil wir haben zwar keinen Fleischhauer mehr in der Ortschaft, vielleicht kommt dann noch, wir haben einen großen Wildzerlegerbetrieb hier vor der Tür, die Firma Esterhase. Und ja, vielleicht kommt das wieder, dass man sagt, und es ist ja auch nicht schlecht, dass es im Discounter oder dass es bei den Märkten irgendwas gibt, also zum Beispiel, wir haben einen Pennymarkt vor der Tür, die haben einen eigenen Fleischhauer angestellt. Schön wäre es, wenn das Fleisch noch aus der Region kommen würde und der das zerlegen würde, aber sie machen das mittlerweile. Also sie beliefern, ich habe jetzt keinen Vertrag mit Penny, aber die beliefern die Filialen einzeln. Redest du mit der Gemeinde, mit den Bauern, mit dem Bürgermeister, bist du so ein Art Katalysator für solche Ideen hier? Nein, 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 also so wichtig machen wie mir nicht, aber man redet mit Menschen, man unterhält sich, man gibt irgendwas, was man sich denkt und man bringt ja einen Anstoß, nur ich glaube nicht, man ist ja zu krass da und spielt das eine Rolle? Ich habe nicht den Eindruck, dass du sonst so schüchtern bist. Ja, aber ich würde es mir nicht anmaßen, erstens und zweitens kommt das Lavendel, ich werde jetzt auch mit Arbeit verbunden, wenn ich zum Bürgermeister gesagt, du, das ist super, du brauchst Händeln oder Schweindeln oder was weiß ich was, aber wir kaufen das hier aus der Region, so weit wie möglich, also Händel, die Hühner kriegen wir von den Estasis zum Beispiel und auch die Suppen Hühner und die Eier hier von jemandem aus der Umgebung, also das kriegen wir schon, aber man kann auch nicht irgendjemanden zwingen, dass er uns irgendetwas jetzt unbedingt produziert, weil wir das jetzt unbedingt brauchen. Ist es nicht entscheidend unterm Strich, dass man Qualität und Herkunft von Lebensmitteln, die man konsumiert, irgendwie bewerten kann und einordnen kann? Damit geht es nicht um beides? Und mit Herkunft nachvollziehen, meine ich nachvollziehen, nicht sozusagen nur das ums Eck ist das Richtige, aber wir müssen allgemein aufpassen, dass es nicht zu patriotisch ist, dass wir auf einmal dort sind, wo wir mal sagen, nur das, was vor der Haustür ist, gut, das ist ein Schwachsinn. Das ist eine komplette... Meine Frage. Das ist, weil bei einem Orangen so fragt auch keiner, wo die Orangen herkommen und 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 und. Ja, mittlerweile schon, glaube ich. Ja, aber wir wollen auch zum Beispiel, dass unsere Weine im Ausland verkauft werden und wenn wir jetzt das alles andere dann irgendwie abwälten, und sagen, nur das, was wir haben, ist gut, dann kommen wir irgendwann mal in so eine Ecke, wo man irgendwann ein bisschen alleine geht auf der Insel und da musst du halt zurechtkommen, weil da gibt es ja böse Beispiele, wo die Dinge... Aber ich glaube schon, dass man offen durchs Leben gehen muss, aber bei Grundnahrungsmitteln wie Fleisch und irgendwas... Ich verstehe auch nicht, dass es Tiertransporte gibt. Man könnte Schweine schlachten und irgendwo hinbringen. Aber ich bin der Meinung, dass man so patriotisch, zu patriotisch... Dann wird es nationalistisch. Ja, das will ich nicht. Ich präzisiere meine Frage nochmal, weil ich genau das Gegenteil gemeint habe. Die Frage war, geht es nicht darum, nachzuvollziehen Qualität und Herkunft? Nicht, dass es... Herkunft, egal woher, aber zu wissen, woher... Du hast es vorher schon angesprochen, zu wissen, was ich esse und welche Qualität es hat. Und die Herkunft kann ja von überall her sein. Da bin ich voll bei dir, wobei die Herkunft keine politischen Grenzen kennt, weil ich bin schneller in Schopron und in Bratislava wie in Wien. Jetzt von meinem Standort gesehen, wo ich auf einen guten Bauernmarkt fahre, fahre ich nach Schopron. Da bin ich 18 Minuten drüben, habe alles Mögliche. An dem Bauernmarkt kommt frische Händel, lebende Händelkaffee und fahre, Trudhähne, Enten, alles, was ich brauche. Und das muss nicht extra nach Wien fahren oder nach Heisenschott oder irgendwo anders hin. Da bin ich schneller drüben. Und Herkunft heißt jetzt nicht, dass ein Produkt zertifiziert sein muss, wo meine Schwiegermutter drei Zwetschgen beim Darm hat und die sind super, aber die hat kein Bio-Zertifikate, die sind deswegen auch super, weil ich weiß, wo sie herkommen. Du weißt, wo sie herkommen ist. Genau. Das war das Thema, genau. Wir kommen zu einem Ende dieser Folge. Es war sehr spannend. Auch hier hätten wir, glaube ich, noch lange weiterreden können, Christoph, oder? Stundenlang, ja. Aber wir gehen jetzt vielleicht, wenn wir dürfen, mit dem Max in die Küche. Danke, Max, für deine Zeit. Vielen Dank. Und danke für dieses sehr bereichernde Gespräch. Ich danke euch. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020